Im Rahmen des Fundraising-Festivals wurde der siebte Fundraising-Preis der Landeskirche in drei Kategorien verliehen. Sowie zum ersten Mal ein Publikumspreis, der von den Besuchern vergeben wurde. 20 einzigartige Fundraising-Projekte haben sich aus der ganzen Hannoverschen Landeskirche beworben. Für die Jury rund um den Vorsitzenden Arnte Fries war es keine leichte Aufgabe. Weil es so unterschiedliche Projekte sind und so ganz viel Kreativität in diesen Projekten enthalten ist. Wir haben aber auch geschaut auf Kriterien, wie haben die ein gut durchdachtes Konzept und vor allen Dingen sind die Projekte nachhaltig angelegt. Deshalb verleihen wir ja auch drei Preise, einen für Kreativität, einen für das Konzept und einen für die Nachhaltigkeit. Als erstes wurde der Konzeptpreis verliehen. Die Laudatio hielt Becky Ann Gilbert. Ich freue mich sehr, heute den Fundraising-Preis in der Kategorie Konzept an die Kirchengemeinde St. Laurentius in Nienhagen zu verleihen. Die Klangreformation – ein Projekt, das die Restaurierung der Orgel in Nienhagen ermöglicht. Aufgrund großen Schimmelbefalls im Inneren der Orgel ist eine Generalüberholung dringend erforderlich. Ein beispielhaftes Projekt mit einem gut durchdachten Konzept, das auch anderen Kirchengemeinden, die vor einem ähnlichen Problem stehen, Mut macht. Wir haben nicht mit gerechnet. Wir sind wirklich wir. Ich stehe alleine hier. Aber das war eine Mannschaftsleistung. Und natürlich waren es auch die Spender. Und das Besondere an dem Projekt war wirklich, dass es eine lokale Geschichte war. Unsere Gemeinde hat es von innen her geschafft. Das war toll. Als zweites folgt der Nachhaltigkeitspreis, übergeben von Superintendentin Stefanie von Lee. Die Bonusmeilen des diesjährigen siebten Fundraisingpreises für die dauerhafte Stärkung des diakonischen Profils in der ambulanten Pflege und eine nachhaltige Umsetzung einer Finanzierungsstrategie, vor allem im Bereich Fördererbindung, gehen an das Projekt Zugabe – mehr Zeit für Menschen. Die Zugabe der Diakonie Südheide und dem Kirchenkreis Zelle schenkt den Pflegebedürftigen 15 Minuten mehr Zeit für Gespräche und Austausch mit den Menschen. Zeit für seelische Pflege, für die im ambulanten Pflegedienst immer weniger Zeit bleibt. Die Zugabe von 15 Minuten wird finanziert durch eine Vielzahl von Aktionen und Spenden und erhält den Nachhaltigkeitspreis. Eine tolle Mannschaftsleistung. Ich freue mich irrsinnig, dass gerade so der Bereich Pflege, der ja, weiß ich nicht, immer so ein bisschen mit Sorge irgendwie, über den Bereich Pflege immer mit Sorge berichtet wird, dass wir jetzt mal ausgezeichnet werden und das Projekt Anerkennung findet, dass wir Menschen Zeit schenken wollen und es funktioniert, das Projekt. Ich kann nur ermutigen und es ist bombe, es ist toll. Der dritte Preis wurde der Kategorie Kreativität durch den Leiter des Fundraisings in der Landeskirche Paul Dalby übergeben. Herzlichen Glückwunsch an die Initiative Tatkraft boxt, die Förderstiftung Hospiz zwischen Elbe und Weser. Sie haben gewonnen, Punkt Landung. Tatkraft boxt – Handschuhe mit den Unterschriften aus der Bundesversammlung, Versteigert für den guten Zweck. Kombiniert mit einem Box-Event in der Region Bremer Förde, wo dieser Sport tief verwurzelt ist. Ein kreatives Projekt, an dessen Erfolg viele Menschen teilhaben. Es ist so, dass wir aus einer guten Idee, die wir am Anfang haben, mit viel Unterstützung auch von der Förderstiftung des Hospizes und ich sage auch mit göttlichen Segen, der uns das ermöglicht hat, bei der Bundesversammlung zum richtigen Zeitpunkt mit den Handschuhen aufzutauchen. Aber natürlich steckt auch viel, viel harte Arbeit da drin, auch Überzeugungsarbeit. Und ja, natürlich, dann fühlt man sich auch bestätigt. Zum ersten Mal wurde auch ein Publikumspreis vom Partner dem Hannover Airport vergeben. Während des Fundraising-Festivals konnten die Besucher für ihr persönliches Lieblingsprojekt abstimmen. Übergeben wurde dieser Preis von Gerhard Tröter. Meinen herzlichen Glückwunsch an die St. Martinus-Kirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg für das Projekt Hand in Hand stiefeln wir ins Kita-Land. Zusammen als Team etwas Großes bewegen. In einer Mannschaftsleistung schafft die Kita der St. Martin-Gemeinde in Engelbostel-Schulenburg die Neugestaltung der Spielgeräte auf den Außenanlagen. Im ganzen Ort wurden passend zum Titel der Aktion Gummistiefel als Spendendosen verteilt. Alle Beteiligten dürfen sich jetzt über einen Teamtag am Hannover Airport mit Flugsimulator und Blick hinter die Kulissen freuen. Ein großer Dank an die ganze Kirchengemeinde, für die Kinder auch ein toller Preis. Wir haben morgen Sommerfest, Gemeindefest und insofern wird das schon eine gute Einstimmung sein. Passend zum Thema Flughafen endete die Preisverleihung am späten Nachmittag auch mit einer Punktlandung.